Ich war ganz positiv überrascht, ich habe schon die Fährebein zurück, ich habe schon den Ball ganz geguckt und ich war super hoch und in Lützseburg habe ich das ganz, ganz gut vertraut in der Fährebein. Ich bin Mutiny, ganz gut in Ovenfunden, ich muss sagen, ich war die einzige, als ich zu drei gesehen habe, weil das war ja ein Quartier für meine ganze Karrierebeziehung. Ich war die einzige, als ich es als Trio erlebt habe, und ich war ganz, ganz überrascht, das ist super, das klingt, klingt fresh, klingt super. Wirklich, das war schon ein ganzes Konzern gekuckt und sie wirklich zerkrouten mich. Ich war ein ganzes Konzern in ihrer Welt, das war super. Plankton Waves, ganz, 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 ganz gut. Ich war schon mini-pli-verdruckant, schon die Natur erlebt, das ist ganz, ganz, ganz speziell, wir haben gesagt, wenn du diese Rockhander von in der Super, dann bin ich gespannt, ob die Idee zu hören, weil du eigentlich den ganzen, ganzen Flip von der Band rauskommst. Superheroes in Tiles, auch ganz okay, mir hat Martinin und Herr Rouge gespielt, so hattest du für Deja Liev, dann ganz gut, ganz lockerer Konzern. Es schien wirklich gespeckt zwischen Mutiny und Bounty, die sowieso mein Favorit sind, und ich glaube, es ist ein ganzes Konzern, das ist ein ganzes Konzern. Es ist ein ganzes Konzern, das ist ein Konzern. Es ist ein Konzern.